Wir stehen heute hier vor der Abschiebehafteinrichtung Hessens in Darmstadt-Eberstadt. Das hier ist der Abschiebeknast in Darmstadt. Hier sind seit über einem Jahr mehr als 230 Menschen untergebracht gewesen. Allein aus dem Grund, weil sie eben nicht den richtigen Pass in der Tasche hatten, am falschen Ort geboren wurden, die falschen Eltern haben und abgeschoben werden sollen, weil Europa sie hier nicht haben will. Ich bin Nevros von Jugendliche ohne Grenzen. Das ist eine selbstorganisierte Initiative von jungen Geflüchteten, die bundesweit ist und die sich für Bleiberecht für alle einsetzt. Ich bin hier heute in Darmstadt, um gegen den Abschiebeknast zu demonstrieren und gegen die deutsche Flüchtlingspolitik, die Menschen entwürdigt und entrechtet und sie in den Ländern abschiebt, von denen die Menschen geflohen sind. Und um uns auch mit den Menschen, die hier sind, sozusagen an die Eingeknastet sind, zu solidarisieren und laut zu werden. Solidarität, so sehr, dass manchmal wie ein abgegriffenes Wort klingt, ist was total Zentrales. Wir haben das heute hier auch gemerkt. Die Leute haben gerufen, die haben sich bedankt. Und es ist so, wir können sie nicht rausholen, nicht alle, manche schon. Aber es ist, glaube ich, total wichtig, in so einer Situation zu kapieren, dass man nicht alleine ist, dass es Leute draußen gibt, die sehen, in was für einer beschissenen Situation ist, die ihre Solidarität erklären und dann aber auch tatsächlich da sein müssen. Und das ist ja das, was wir versuchen in Darmstadt. Und wir haben ja gesehen, es waren heute auch viele Geflüchtete da. Und das waren alles Leute, die diese Solidarität erfahren haben, die die Erfahrung gemacht haben, sie sind nicht alleine mit der Abschiebeandrohung, die voneinander gelernt haben. Einer hat erzählt, ich habe mich gewehrt, ich habe mich im Flugzeug nicht hingesetzt. Das hat anderen Mut gemacht. Und es ist wichtig, dieses füreinander da sein und miteinander teilen. Wir sind die mit den größeren Privilegien. Die haben wir zuteil. Wir haben gerade eine Nachricht von Inhaftierten bekommen per WhatsApp. Den Leuten wurde gerade das Fenster zugeschlossen, die Tür zugeschlossen. Die Beamten haben versucht, den Leuten das Handy wegzunehmen. Und es ist eine Unverschämtheit, dass wir hier ankommen und uns solidarisch erklären und diese Brücke gestört werden soll. Standard ist, die Leute werden systematisch entrechtet. Es ist ein reines Instrument, um Europa und eben auch in Deutschland die inneren Grenzen hochzufahren, weiter zu kriminalisieren und den Zusammenhang zwischen Flucht und Verbrechen zu konstruieren. Dagegen lehnen wir uns auf und organisieren den Widerstand dagegen. Also ich würde sagen, Widerstand ist ja sehr vielfältig. Und das ist natürlich nur eine Form von Widerstand, irgendwie auf die Straße zu gehen und Protest zu zeigen. Ich würde sagen, wir dürfen auf gar keinen Fall vergessen, dass es sehr viele andere widerständige Praxen gibt, dass Menschen sich bereit erklären, andere Menschen in ihren Wohnungen aufzunehmen, um sie vor Abschiebung zu beschützen. Widerstand heißt aber auch, Blockaden zu organisieren und mitzumachen und gegen den Willen der Polizei, gegen die Gesetze, sich zum Beispiel vor das Abschiebegefängnis zu setzen und mit den Körpern irgendwie zu sagen, okay, wir lassen das hier nicht zu. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen hier in Darmstadt, die sehr, sehr viele Formen haben, Widerständigkeit zu zeigen und die zusammenzubringen und mit denen zusammen hierher zu kommen, irgendwie den Leuten zu zeigen, dass wir da sind. Das würde ich sagen, ist eine sehr, sehr wichtige Sache.